Wie kann man das bösartig-passiv-aggressive Verhalten eines Narzissten erkennen? Aggressivität Wir alle denken, dass wir wissen, was das ist. Es ist so offensichtlich, wenn jemand schreit, brüllt oder schlägt. Obwohl, Aggressivität hat viele Formen. Manchmal ist es sehr subtil, aber sorgfältig geplant und methodisch ausgeführt, kann sie unser Leben in anhaltende Verwirrung verwandeln. Bald verlieren wir die Kontrolle über unsere Angelegenheiten und wir stürzen ins totale Chaos. Das bösartig-passiv-aggressive Verhalten ist als Ausdruck von Wut und Feindseligkeit zu sehen, denn das ist definitiv nichts anderes als Wut und Feindseligkeit. Wie kann man das bösartig-passiv-aggressive Verhalten eines Narzissten erkennen und was es zu tun um sich davor zu schützen? Ist es überhaupt möglich sich zu schützen? Wie kann man die Realität erkennen und wissen was echt ist? Ein verdeckter Narzisst kommt zu Ihnen mit einer hilflosen Haltung. Stellen Sie sich ein zweijähriges Kind vor, dem der Saft aus seinem Glas geschwappt ist. Und jetzt steht es vor Ihnen, mit diesem entzückenden Ausdruck völliger Überraschung, Enttäuschung und Hilflosigkeit auf seinem Gesicht. Also umarmen Sie es, wischen seinen verschütteten Saft weg, und geben ihm einen neuen Saft. Nun stell dir vor, das Baby ist weit über 40. Glauben Sie mir, Hilflosigkeit sieht auf dem Gesicht eines erwachsenen Mannes auch entzückend aus. Wie geht die Geschichte weiter? Sie kommen zu einem entzückend hilflosen, erwachsenen Mann, wischen den Boden und gießen ein neues Glas Saft für ihn ein. So geht das über Jahre, bis Sie eines Tages feststellen, dass er seine Hilflosigkeit plötzlich verliert, sobald er in die Öffentlichkeit tritt und von Menschen umgeben ist, auf die er angewiesen ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte er Sie aber schon von all Ihren Freunden, Bekannten und Familie isoliert, so dass Sie gar keine Gelegenheit mehr haben, ihn in der Öffentlichkeit zu erleben. Er isoliert Sie von der Außenwelt und er selbst hat gar keine Freunde. Jahre können vergehen, bis Sie erkennen, dass er die ganze Zeit nur sein hinterlistiges Spiel mit Ihnen spielt. Er genießt es so sehr, dass Sie ihm Ihre volle Aufmerksamkeit schenken und sich nur um ihn kümmern, als ob er ein kleines Kind wäre. Sehr bald sehen Sie, wie Ihr Zuhause auseinanderfällt. Ihr bösartigen Narzisst zerstört Ihr Heimstück für Stück. Er ist so verunsichert in sich, dass er nichts Produktives tun kann. Er beschließt Ihre Sachen zu beschädigen, um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir wissen, dass Narzissten sich nach Aufmerksamkeit sehnen, egal ob positiv oder negativ. Mein Narzisst schaffte es in neun Jahren nicht ein einziges Mal etwas so zu tun, dass ich ihn loben konnte. Dafür beschädigte er jedes einzelne Möbelstück im Haus, jeden Gegenstand den ich mochte, jedes einzelne Stück von meinem Zuhause. All die Jahre konnte ich nie wirklich glauben oder begreifen, wie ein Mensch so grausam, verrückt, brutal und destruktiv sein könnte. Jetzt, mit dem was ich inzwischen gelernt habe, weiß ich, dass jedes Mal, als ich dachte, dass eine Art von schwarzer Magie in meinem Haus lebte, es eigentlich mein Mann war, der mein Heimstück für Stück zerstörte. Hier ist der erste Vorfall, der in meiner Wohnung passierte. Bevor ich meinen zukünftigen Mann kennenlernte, hatte ich eine Putzfrau, die jeden zweiten Freitag zu mir kam. Das Erste, was mein zukünftiger Mann tat, war sie loszuwerden. Er sagte mir, er würde meine Räume reinigen. Er jammerte, flehte und bettelte so lange, bis ich meine Putzfrau entließ. Er kam am Freitag, wischte Staub auf den Möbeln, und wischte den Boden. In dieser Zeit sollte ich eine Mahlzeit für ihn kochen. Schließlich, spät am Abend ging er wieder. Am nächsten Morgen machte ich meinen PC an, und bekam fast einen Herzinfarkt. Mein Monitor hat nicht funktioniert. Was ist passiert? Da ich als Dozentin nur ein paar Stunden in der Woche gearbeitet habe, hatte ich nicht genug Geld, um mir mal eben einen neuen Monitor kaufen zu können. Ich begann den möglichen Fehler zu suchen. Was könnte den Monitorausfall verursachen? Sehr bald entdeckte ich, dass das Stromkabel nicht mehr in der Steckdose steckte. Man musste sich schon wirklich Mühe geben, den Stecker zu erreichen und Kraft einsetzen, um das Kabel rauszuziehen. Also entschied mein Narzist, während er den Boden wischte, das Monitorkabel aus der Steckdose zu ziehen. Sobald ich meinen PC hochfahren würde, würde ich nur einen schwarzen Bildschirm sehen. Es erschien mir so unvorstellbar absurd so etwas zu machen. Es war mir völlig unbegreiflich, ich konnte gar nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Wie gesagt, das Kabel saß sehr fest in der schlecht erreichbaren Steckdose. Als ich den schwarzen Bildschirm sah, rief ich ihn an und fragte, ob er vielleicht etwas mit meinem PC gemacht hätte. Natürlich leugnete er, ihn auch nur angefasst zu haben. Was ich hier tue ist sie zu warnen, und ihnen viel Zeit des Leidens zu ersparen. Bitte seien sie wachsam wenn sich jemand um sie herum aufhält und seltsame Dinge passieren. Auch wenn sie wie ich denken, dass es für eine Person die vorgibt sie zu lieben, oder auch für einen anderen Menschen unvorstellbar absurd ist, Dinge zu tun, die ihnen passieren. Und wenn sie, wie ich, verlegen sind, diese Person direkt zu konfrontieren und zu fragen, warum er so etwas getan hatte. Bitte seien sie nicht verlegen und konfrontieren sie diesen Menschen mit der Tatsache. Wenn sie keine Hilfe bekommen, sondern nur die Leugnung von der Person, wenn er sagt, dass er nichts mit der Sache zu tun hat, dann wissen sie genau, dass er oder sie es war, der den Schaden verursacht hat. Später werde ich ihnen Dinge und Ereignisse aus meinem Leben erzählen, die so abstrus sind, dass sie so etwas in keiner Fantasiegeschichte lesen könnten. Der erste Fall von verkorksten Leben mit einem verborgenen bösartigen Narzisst, der in seinem Geist sehr aggressiv und bösartig war, aber gleichzeitig ein Feigling. Seine Aggression hatte subtile Formen. Seine Feindschaft war sehr methodisch und gut geplant. Dann sadistisch ausgeführt, sodass mein Heim innerhalb von mehreren Monaten unwiderruflich zerstört wurde. Lassen sie nicht zu, dass ihnen so etwas passiert. Wenn sie meine Geschichte lesen oder zuhören, denken sie nach, und planen sie ihre Trennung. Es wird nie besser werden, es wird nur noch immer schlimmer mit der Zeit. Hier ist der Schlüssel zu der Geschichte. Glauben sie nicht, dass ihr Partner liebenswert ungeschickt ist. Wenn ein ungeschichter, liebenswerter Mann etwas zerbrochen hätte, würde er mit Treue und Scham erfüllt sein. Er würde sich bemühen, die beschädigten Gegenstände zu ersetzen oder zu reparieren. Ein bösartiger Narzisst aber, würde ihnen sagen, dass er nichts mit dem Schaden zu tun hatte, dass man nicht beweisen kann, dass er es war, der den Schaden verursacht hat. Und am Ende, würde er ihnen sagen, dass die teuren Möbel, die sie haben, bereits beschädigt waren, als sie sie kauften. Mein Narzisst war sehr verunsichert und hatte absolut kein Selbstvertrauen. Es schien, als ob er sich unwürdig fände mit schönen Möbel zu leben, mit teurem China-Geschirr oder irgendetwas anderem, das gut oder wertvoll ist. In meinem Haus ruinierte und zerstörte er zuerst die teuersten Objekte. Wie Gemälde, antike Möbel, feines Geschirr, mein Auto. Es war wie eine Naturkatastrophe. Sie sehen es kommen, sie sind erschrocken, aber sie können nichts dagegen tun. Bei mir zu Hause war es wie ein seltenes Wunder, wenn ein Wochenende vorbei war und mein Narzisst nicht noch etwas beschädigt hatte. So war es auch in dem Fall, als mein Juwel des Hauses, ein exklusiver teurer Glastisch, nachdem mein Narzisst daran gesessen hatte, voller Kratzer war. Es war so offensichtlich, dass er es verursacht hatte und doch leugnete er, die Glasplatte beschädigt zu haben. Am Ende sagte mir mein Narzisst, dass ich meinen Tisch bereits zerkratzt gekauft hatte. Aggression und Feindseligkeit haben viele Formen. Ein Narzisst wird alles sabotieren was sie tun. Sie werden lange Zeit frustriert sein. Dann werden sie das Leben aufgeben. Ich habe erkannt, dass solange ich mit meinem Narzissen zusammen wäre, würde ich nie ein schönes Zuhause haben, in dem nichts zerbrochen und alles an seinem Platz ist. Ich begann in einer Warteschleife zu leben. Die Gedanken, dass mein Leben weitergehen würde, nachdem mein Narzisst verschwunden wäre, wurden meine täglichen Begleiter. Neun Jahre vergingen. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Erkennen Sie die Narzissen und laufen Sie um Ihr Leben. Ihr Leben wird sich nie bessern, solange der Narzisst in Ihrem Leben verweilt. Sie kreieren eine Umgebung, die schmutzig, chaotisch, unbequem, ja manchmal sogar gefährlich ist, nur um Sie unglücklich zu machen. Und das ist pure Aggression und Feindseligkeit. Bitte bedenken Sie, dass es nicht besser, sondern nur noch immer schlimmer wird. Also laufen Sie für Ihr Leben. Schützen Sie Ihr Zuhause, Ihr Leben, Ihren Geist. Es gibt so viele gute Menschen da draußen. Umgeben Sie sich mit Lächeln und Glück. Gott segne uns alle.